was geht ab meine damen und herren mein name ist k1 ich befinde mich gerade hier in den trackwork studios in süd dubai und er hat sie dort gerade die maschine angeworfen und zockt online book of raw er hat eine sehr eigenartige strategie und zwar mit 1000 euro 20 euro raus zu holen ich habe gesagt das funktioniert nicht wenn man beim zocken gewinnen will muss man es wie k1 machen so man schmeißt der book of raw nur fünf euro rein spielt erst mal anfangs mit 30 cent ich bin immer für neue theorien offen ich kann jetzt kein animieren zum zocken zocken ich will nicht bloß damit was beweisen sie das auch normalerweise Autostart oder jedes mal selber drücken selber drücken und man darf nie ein ding also sofort das kollektor also gar nicht nicht gambeln nicht gambeln mit kleinen beträgen erst er muss die ganze zeit geben egal was kommt wir sind schon im plus auf jeden fall fünf euro sind wir bei sieben euro 50 das war schon mal aber deswegen sind wir auch wenn die einwand offen ist dann gibt das richtig lange beim letzten beim letzten drei jahre wenn er jetzt richtig gewinnt dann bin ich nicht in jeder stadt wenn es im casino gibt da habe ich mich nicht so aber ich habe da nicht so viel Geld frei das ist meine taktik keine kreditkarte kein Ausweis also Ausweis in deine Fresse rein Ladies and Gentlemen hier ist der Wache 51er Playboy so ich muss erst mal ein bisschen interviewen wir laufen wir sind gerade hier auf der street hier auf der straße in regendorf da hinten ist irgendwie Tegel hier ist das studio aber interessiert erst mal keinen so ich muss erst mal probieren ein paar leute irgendwie voll zu quatschen voll zu labern mal fragen so wenn ich sie erst mal anfrage eine frage stelle frage ich erst mal und wie kommt es kommst du dich machst du Weiberstel auf die straßen wie funktioniert es gehst du in die Diskotheken traust dich hast du wenigstens eigene eigene Bewusstsein hast du einen eigenen stolz hast du Charakterien alle drum und dran wir warten erst mal das heißt drum und dran das heißt einfach faxen wachsen seid ihr beide zusammen also seid mit deiner guten mit der Beziehung jetzt ja wie lange seid ihr beide zusammen so das Thema handelt sich um nichts das ist dvd das handelt sich um nichts es geht um Sex bei mir alles per safe einschalten nächste Woche diese Woche Sonntag geht einfach so um dein Leben bist du zufrieden mit deinem Leben du kommst du kannst du Deutsch ja das ist super wie ist es eigentlich wenn du in der Disco gehst machst du dabei was klar dein Sexleben ist gut Zeit oder nicht so kein Kommentar Wochenende ja in der Distance welche Diskotheken besuchst du nichts aus Partys besser oder sind Diskotheken besser ich finde so wenn man mit Freunden zusammen ist in der Hauspartys besser wie wenn du in den Disco gehst oder ja sieht aus ja richtig kennst du die Sendung 51.tv.de? ne auch nicht kannst du reinziehen ja Alhamdulillah und du bist gerade Solo ne ähm kein Problem das ist kein Problem ich wünsche aber trotzdem ein bisschen elementiert die man in diesem überall geilen Werkstatterrichtung Stylen und Customs wir werden erstmal so ich probiere erstmal die Arztin zu Fragen zu stellen sie sollen uns Fragen stellen und die geben einfach ein paar Antworten kommt mit also ich stelle euch bei dir eine Frage um nichts wie war immer so ihr geht deine Liste weg war oder nicht mehr du hast ja so super keine Zeit du? gar nicht ich gehe gar nicht weg 100.000 manchmal war Spaß gewesen wie heißt der Lahn eigentlich insgesamt so der Name HPM HPM du bist ja selbstständig ne ich finde ich cool alles du gehst da am Wochenende mal weg ne was kannst du eigentlich die Menschen da draußen sagen welche Disco am besten ist eigentlich wo man richtig geile Weibers abschleiten kann B1 18 was heißen Alter, kannst du richtig verliessen wo gehst du allein jetzt First muss ich hin muss denn ja immer voll cool da und das war bloß aber erst ab 6 Uhr morgens auf 6 Uhr morgens da muss ich mal irgendwo ein die Kochik kommt da drin aber nicht so fein angezogen also muss ich von Sigi die Sachen anziehen die ich mir gekauft hatte Lederjacke du musst dir noch noch Maske von Sigi in die Licht machen also dann müsste ich da raus machen Meinst du, wenn ich wenigstens Bräulingscreme aufschmiere und vielleicht Kontaktlinsen, meinst du, die lassen mich dann in den blauen Augen? Blonde Saar, keine Gefahr, gab es mal eine Zeit, wo ich schon mal so war. Wie heißt du? Charlie. Charlie und? Erby. Erby. Jan. Jan und? Charlie. Charlie. Ich hab SSL 12. Okay. SSL? Nee, S-L-L. SSL. Was ist es? SSL oder? SSL. 4000 E. Keine Ahnung. Kennst du? 4000 E. Ich meine, wer weiß ich was? Also, es geht um mein DVD? Um nichts? Nichts. So, ihr geht in eine Diskothek am Wochenende, ne? Feiern? Boah, komm mal. Sagt ihr eine Beziehung? Ja. Nein. Mit was arbeitet ihr? Mit Eve? Neve? Mit Neve? Oder SSL? Wir haben Neve und wir haben TL-Audio. SSL? Neve und TL-Audio. TL-Audio. Oh, cool. Und was besser? Können wir noch nicht beurteilen. Und wie leuchtet mit Frauen bei euch? Super, oder? So mit Cocktail, so? Gar nichts? So ein Lagen? Cocktail-Party? Ja, Cocktail-Party, so Champagner oder so? Oder ganz normal, so Host-Partys? Oder geht da in eine Diskothek? Du, das kommt darauf an. Berlin ist groß. Berlin hat... Wie lange macht er schon SAE? Ähm, drei Monate. Alhamdulillah, Fikur ist nicht der Fünter gut? Nein. Nein, warum? Weil lustig mit Fikur. Ja, aber Fikur ist sechsmal nicht in der Sendung. Fikur hat ja nichts gemacht, dieser Witz da. So ein Petter. 25 Jahre nie gearbeitet. Er kommt da hin, trinkt und kippt. Machst du jetzt alleine, oder wie? Ja. Nee, danke. Und Fikerei, es geht ja um nichts. Beziehung, bitte? Ja, ja. Ihr beide, ne? Warum? Nicht wir beide. Du bist Solo. Ja, ja, eine Frau, aber nicht wir beide zusammen. Ach, Sau. Ja, ja. Und in den Diskothek gehe ich dann weg? Gar nicht mehr, nur arbeiten. Solo? Oder in einer Beziehung? In einer Beziehung. Aynen, Alhamdulillah. Jutatbionuf.